Ich hau mal auf die Aufnahmetaste hier. Das wird ja auch eine gute Runde. Von daher gesehen ist das absolut berechtigt. Boah, jetzt nicht! Äh. Menno. Was geht denn jetzt hier ab? Da draußen ist schon voll die Action. Ja. Was ist denn das? UBU. Die ist nicht schlecht. Das ist quasi eine M416. Ne, stimmt nicht. Äh, Mark 12. Ich höre ein Auto? Ja, ich höre es auch. Bei mir hier irgendwo. Ich glaube, bei LGZ war ein Gegner. Da hat es zumindest gerade geschossen. Oh, Steps. Ach nee. Das bin ich. Vierer, Vierer, Vierer. Wer es braucht. Hab ich. Oh Gott, LGZ hat mir einen Schreck. Nein, ja. Oh. Ach nee. Brauch jemand 45er Munition? Nö. Nö. Ich nicht. Auch der Firm war. Was macht ihr? Hört auf, mit einer Panzerfaust aufeinander zu schießen. Wer war das? Wer war denn das? Von mir war es niemand. Warte mal. Ist das jemand? Ja, hier draußen ist jemand. Okay. Ja, dann kommen wir doch mal rüber. Ich werde gleich sterben hier. Nein. Ich spring mal raus. Ich auch. Der ist direkt vor mir. Ja, ich komme. Hier ist keiner. Doch, doch, doch. Der ist hier. Der ist hier. Der ist hinterm Berg hier. Dann gehe ich mal auf den Berg. Oh, ja. Hab ihn. Sehr schön. Oh, das ist hart. Ja. Aber Leute, da müssen noch mehr sein. Ja, genau. Hä, wo kamen die Typen her? Ganz ehrlich. Ach, ich brauche Fünfer im hohen. Mist. Alter, Schalter. Der Sieben hat, schmeiß ich wieder raus. Braucht ihr alle Fünfer? Careful, guys. There is still one left. Ja. Ah, wo, 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 wo. Mein Marker irgendwo. Okay. Ich heil mich kurz hoch. Komm links rum. Komm schon. Hier ist halt genau auf blau. Läuft rechts rum. Das ist ein Bot. Nee, der ist kein Bot, der Typ. Ist hinterm Stahl, auf alle Fälle. Okay, der lief so dämlich rum. Nee, nee, der Typ ist kein Bot. Hat Hit. Ja, die Granate war nice. Hängt genau dort. Go, 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 go. Bitte was? Ja, ich hab' gesagt, go, go, go. Let's go. Ist tot? Let's tot. Hast du fein gemacht. Dankeschön. Oh, yo, der hat mir das aber mit Spezialisten zu tun gerade. Aber der war auch nur noch. Wirklich? Ich. Ja, ja. Guys, there must still be... There must still be one more, right? Nein. Brauch'n neuen Helm. Meine hat Löcher. Brauch'n Munition. Brauch'n neuen Helm, meine hat Löcher. Shit. Aber das war gut, was wir gemacht haben. Ja, wir haben uns gut aufgeteilt. Da oben ist schon alles gedudet, oder? Die Typen haben wir schon. Ja, okay. Ich dachte, der wäre noch mal so eine fröhliche Munition, oder? Ne, ich weiß es nicht. Ne. Was sagt er? Kochen? Ne. Ein Car. Ein Auto. Was? Jetzt hab' ich den letzten Helmisch. Ah, gut. Nein, hab' ich nicht. Was? Ich glaub, direkt im Westen, im Westen müssten noch einer sein. Direkt im Westen, okay. Ich glaube. Boah, ich hör' überall das Tapsen. Sind wir. Ja, das sind wir. Sehen wir mal einen Moment dran. Ne, ne, das war, glaub' ich, nur ihr, in die ich könnte. Hat der Fünfer? Äh, 5,5, 40er? Ne, oder meinst du 5? 5,56. Da hab' ich 77 Schuss, die kannst du haben. Ich bin auf die Umgebung geschrieben. Ja, sehr gerne. Wo bist du? Ich hab's markiert, ja. Ähm. Achso, Bibo, du weißt, wie markiert, oder? Mhm. Das ist ganz wichtig. Also, das ist quasi so das Wichtigste überhaupt in dem ganzen Game. Mhm. Dass die, dass der, wo ist der Typ aufgetaucht grad, echt? Das gibt's ja nicht. Ja, wo waren wir? Hab' ich mich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja, der war auf einmal vor mir. Ich hab' keine Ahnung. Der ist aus dem Nichts aufgetaucht. Gehen wir hier in das große Gebäude. Da ist noch, äh, 5,56er Munition hier, ähm, für dich. Ja, warte, ich will ganz kurz mal hier gucken. Hier ist eine Scheibe kaputt. Vielleicht ist er hier drin. Hier liegt auch noch ein bisschen Munition, alles gut. Ich brauch' einen neuen Helm. Das Flugzeug ist direkt über uns. Mhm. Ich hab's nicht verstanden, was ich so. Ich hab's nicht verstanden, was ich so. Ja, ich hab's nicht verstanden. Ja, ich hab's nicht verstanden. Das ist irgendwie alles gut. Was ist denn Box? Äh, Kraid. Where, where is it? Box, Box, Box. Ist es? So, den Westen. Westen, Westen, Westen. Westen, okay. Westen, Westen, Westen. Westen, 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 Westen. Oh, neue Westen, etwas hat das gerustil. Er pusht auf die Box, lass uns das mal nachmachen. Ich glaube, wenn er alleine hinrennt. Ja, aber nicht, dass er uns alle wieder in Gefahr bringt, ne? Wir alle können da sowieso nicht looten. Mhm. Ich hoffe, er lässt mir wenigstens einen Helm drin. ich gebe euch ein bisschen feuerschutz ich bleibe aber hier hinten zurück kann dahin gucken das bringt ja nichts wenn wir da alle auf dem haufen ja passt schon alles raus hat jemand 540 munition nein ich brauche nämlich unbedingt habe nur ein magazin ja wir können noch mal hier in die anderen warte mal dann gebe ich ja was ab spielst was spielst du 56er nämlich bei den 45er für die für die um ach so ach so entschuldigung habe ich falsch verstanden wo hast du hingeschossen der der hat nach oben schossen auf den hubschrauber glaube ich so hier nochmal durch hier top 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 das kommt sehr gelegen ja wir ach kommen hier massen für dich wenn ich dann nicht ich glaube da war ich noch nicht drin das kann ich gar nicht sagen ich bin von hier sind dreier visier braucht ja noch jemanden wie sie ich habe ein vieres gut danke top sehr gut ja jetzt immer noch einmal nach da haben gegen 6 oder so das acht einmal viel zu doll ich finde ich auch ich schieße lieber mit dem 6 also ich tausche in vierer gegner nach oder zwei in der endphase gerne hier sind wir eigentlich in der endzone waren wir hier hinten schon bei meinem marker hier an der zwei nähe oder wir versuchen hier auf den berg rauf zu pushen ist genau machen keine ahnung was man noch mal schnell dahinten luten ja da kamen die anderen jetzt habe ich die ultimative waffe sind wir nicht eben von hier gekommen ne da kamen die anderen typen her hier ist ja hier von dem nix hier ich habe echt alles mitgenommen hier ist nichts gibt es ja gar nicht da ist noch ein vierer scope keine ahnung ob das irgendjemand braucht über mich gibt das übrigens noch richtig ganz tolle filme online bei youtube von der versicherung müsst ihr mal reingucken ich habe meinen lieblingsplatz vorgestellt denn was das gab man eine serie bei uns im unternehmen und jeder vertrauensmann hat sein lieblingsplatz vorgestellt könnt ihr googeln ok wir schauen mal ich was sagt das 6 68 ich habe ja auch nicht ich habe keine ahnung der pappel ich bin jetzt ein busch raschel 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 im busch rumsitzen ist überhaupt auch oft richtig gut ja das ist das mächtigste was es gibt bei dem game so kommen auf phase 3 ist auch bei uns läuft doch was ich bei euch viel chilliger finde ist diese zonenlauferei die ist bei uns viel stressig stressiger wie bei euch naja wenn wir spielen also meine familie und ich ja wir haben einfach wir haben ja gerade einfach nur glück gehabt bibi weil das in rondo in rondo ist normalerweise immer ultra heftig also rondo ist flüchtig aber ich habe kann mich an keine ronde erinnern wo man den rondo nicht ein fahrzeug braucht ja gut aber wir spielen ja jetzt mittlerweile dritte runde und das ist einfach anders bei euch irgendwas machen wir falsch aber gegner auf roter markierung ja eigentlich ja schon mal im gras und guck ok nice ich weiß mich hin schönste von rechts ja schweres kaliber auf unseren lzg mann oder da oben steht er schon ich habe genockt aber nur ja ja aber jetzt sollten wir die stellung wechseln der sagt ja jetzt ein bescheid wo wir sind let's go ja ja wir gehen doch von wo sie ich sehe nicht ich glaube das kommt von hier da liegt da oh er hat mich getroffen aber er hat auch ordentlich gekämpft markiert ist er doch mal kurz erste hilfe the guy knows how to shoot lauer marker liegt er nicht mehr ach doch er ist da nicht zu sehen ich sehe ihn auch nicht mehr wo ist er lass uns mal zurückziehen bisschen ja ich habe angst dass er uns in den rücken schießt ja aber hier geht das gelände runter eigentlich kann er uns nachher fast gar nicht mehr sehen er muss irgendwie kommen mal sehen wo wir gleich hin müssen ok bei mir sind da hockt er hoch hier hockt er auf blau er geht wieder zurück stimmt er kriegt die crate direkt vor die nase geworfen ja nützt er nichts aber ist er zu sehen da ich sehe ihn da Fahrzeug von rechts der hat sich das moped geholt unser buddy ne das ist nicht unser buddy ne ne ha ich habe vom moped runter geschossen ich flippe aus sehr gut lass uns mal weiter in die zone der moped man muss noch irgendwo sein ja am stein liegt da ne ne aber der ist genockt der andere meine ich sein buddy ja ok ich guck mal wieder ah der ist auch noch da hat mich genockt hat mich genockt shit hab ihn ok äh ja bitte 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 ja 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 krass Leute das ist ja stressig hier ja wir sind aber auch nicht gut positioniert gerade lass uns mal hin wo wir die Motorräder äh Motorradfahrer da gekillt haben und dann von dort aus weg weil dann können wir dann noch ein bisschen looten krasses pferd der war auch instant tot hier ist ein vierer und schalli nochmal hier da kommt er wo hier blau markiert da hocken sie wo oder was steckt der denn ein ah Fahrzeug der kriegt da hinten voll die Hucke der kriegt voll ja wir müssen leider dahin pushen nachher ich hab schiss das von hinten oder wir gehen hier rüber außen vorbei außen weg erstmal ich will mal hier von der freien Pläne weg erstmal hier zum Stein hier direkt blau ich sehe nix ich sehe den typen noch ja wolfmanns strategie ist gut dann sollen die sich doch eher dann streiten und wir gehen so weit wie möglich außen rum müssen wir nur von links aufpassen nochmal wo ist Bibo denn ach da so guck mal wir sind gut davor die müssen kommen irgendjemand schießt auf mich und wo keine ahnung ja hier kommt auch was an das muss irgendwo hier drüben sein blauer Marker oh 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 Auto 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 Lass mal hinter diesen Steinen da gehen ja an meinem Marker sind wir hier roter Marker ja ich muss erstmal hier verschwinden wir wollen wahrscheinlich hier reviven da an den revivestation siehst du ja vielleicht auch nicht so roter Marker drüben ja da ist ein komplettes Team ja ihr müsst Höhe anhalten ja habe ihn abgenommen alter Schwede was für ein krasses Match bisher wir müssen aber kommen außenrum hier an meinem blauen Marker von oben rein von 60 kommen noch Shots from 60 direkt vor uns oh ja ich sehe das Mündungsfeuer da geradezu Sniper hier hier rot direkt vor mir hier 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 das war abwechseln ich geh mal hin wir müssen jetzt mal rein ich könnte nochmal einen Helm gebrauchen ja ich gehe durch Fenster Achtung sind es die einzigen die noch übrig sind oder ja da ist ja nur aus ja es gibt nur die Leute 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 sind es sehr gut die Leute auch auch scheiße ich versuch von unten hier Red Marker ist ein Typ ja go 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 We have to push. Push. Go, 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 go. We will not manage. We will not manage. Oh, he's the B2-1. Go, go. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat. Ah, er hat mich knocked. Oh, Vivo, jetzt kannst du dich revanchieren. Oh, geradezu da. Scheiße. Ja, ja, der kommt, der pusht. Der pusht. Der ist alleine da. Wo ist denn, wo ist Bibi? Wo ist Bibi? Bibi liegt bei mir. Da geht es nicht ganz so gut. Wollen wir. So, ich gebe mir einmal erste Hilfe und dann gehe ich wieder in den Kampf. Yes! Musste gar nicht, musste gar nicht. Habe ich schon erledigt hier. Alter Schwede, war das ein krasses Match. Meine Güte. Geile Runde. Oh, war das hart. Oh, war das hart. Ich will tanzen. Alter, war das hart. Was hart. Holy Macaroni. Vivo, ich hole dich trotzdem nochmal zurück. Ja, cool. Damit du hier tanzen kannst. Was. Wow!